Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, es ist mir als Ihrer Präsidentin ein großes Bedürfnis, mich an Sie alle direkt zu wenden, weil ich viel an Sie denke und es mich furchtbar umtreibt, was gerade mit uns und unserer Branche passiert. Nie haben wir daran gedacht, vor so eine Herausforderung gestellt zu werden. Diese Pandemie stellt eine einzigartige Extremsituation dar, von der man normalerweise liest oder hört, aber nie selbst betroffen ist oder mittendrin. Jetzt sind wir aber alle betroffen, kleiner und großer Betrieb, Großhotellerie, Gastronomie und Beherbergung. Und nicht nur unser Geschäft, sondern auch unsere eigene Gesundheit ist in Gefahr. Worin diese Bedrohung besteht und wie unsere Lage ist, darüber brauche ich Ihnen an dieser Stelle nichts zu sagen. Das wissen Sie alle ganz genau. Was ich Ihnen sagen will, ist, dass Sie nicht alleine sind. Wir als Gemeinschaft, als Ihr Verband, der alle Kräfte bündelt, stehen fest an Ihrer Seite. Wir alle vom Ehrenamt und an vorderster Front unser großartiger Landesgeschäftsführer Dr. Thomas Geppert mit seinem tollen Team kämpfen unermüdlich und mit vollem Einsatz darum, dass Sie immer aktuellst und bestens informiert sind, dass wir die größtmögliche Hilfe vom Staat und sonstigen Akteuren organisieren. Dass wir Ihnen direkte Hilfen an die Seite stellen. Die Politik, vor allem unsere Staatsregierung und Ministerien in Bayern, sind für uns immer ansprechbar und tun alles, um uns zu helfen. Dafür sind wir Ihnen dankbar. Es ist auch für den Staat eine schwierige Situation, so schnell die Hilfe zu organisieren. Darum bitte, haben Sie ein bisschen Geduld, trotz aller Sorgen. Lesen Sie jeden Tag die Veröffentlichungen auf unserer Internetseite, damit Sie genau wissen, was zu tun ist. Ich glaube an Sie und Ihre Fähigkeit, mit dieser sehr schwierigen Situation fertig zu werden. Mit Herz und Leidenschaft lassen sich Wege finden, wie wir das überstehen können. Ich möchte Ihnen Mut machen. Nützen Sie die Stillstandzeit. Optimieren Sie Ihr Geschäftsmodell. Merken Sie sich, wer jetzt ein wirklicher, verlässlicher Partner ist und wer nicht. Es gibt auch eine Zeit nach der Corona-Krise. Wir kämpfen auch für bessere Rahmenbedingungen danach. Jetzt wird live sichtbar, wie dringend notwendig die Umsetzung aller unserer Forderungen ist. Wir kämpfen für sieben Prozent Mehrwertsteuer, für die Gastronomie, denn nur damit lassen sich die angestauten Belastungen wieder überwinden. Wir kämpfen für sie mit ganzer Kraft. Also fassen Sie Mut und Zuversicht. Halten Sie durch. Wie wir in Bayern sagen, 100 Jahre hängt es nicht auf eurer Seiten. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen das Allerbeste. Vielen Dank. Vielen Dank.